Was konnte Union, die Daseinsgewerkschaft, für ihre Mitglieder verhandeln? Was wurde erreicht? Wir haben ausgelöst durch die Krise unterschiedliche Situationen. Wir haben Beschäftigte in den Gemeinden, die in der kritischen Infrastruktur tätig sind, die am Arbeitsplatz vorzufinden sind. Wir haben Kolleginnen und Kollegen, die auf Homeoffice umgestellt worden sind. Wir haben im Kulturbereich Kolleginnen und Kollegen, wo die Theaterbetriebe gesagt haben, sie sperren zu, die auf Kurzarbeit gegangen sind. Und wir haben im Kulturbereich aber auch Beschäftigte, die Freischaffend tätig sind, die haben große Sorge, Existenzängste, die warten auf den Härtefonds, denn die bekommen momentan keine Einnahmen. Was ist konkret für Gemeindebilddienste passiert? Unterschiedlich. Wir haben in vielen Bereichen zum Beispiel die Lehrlinge bis 13.04. freigestellt. Wir haben auch jene Personen, die zu den gefährdeten Personen zählen, vielfach auch freigestellt bis 13.04. Wir haben vielfach erreicht, dass in Teams gearbeitet wird, dass man unterschiedliche Umziehzeiten hat, damit man die Gesundheitsvorschriften einhält. Also hier wurde wirklich in vielen Bereichen vieles erreicht. Es ist aber so, wir sind natürlich unterschiedlich unterwegs. Wir haben Landesregelungen, wir haben Stadtregelungen. Hier würde ich nur suchen, falls es Fragen gibt von Kolleginnen und Kollegen zum Thema Arbeitszeit, zum Thema Entgelt, zum Thema Urlaubsverbrauch oder Zeitausgleichsverbrauch, sich mit den Personalvertretungen oder Betriebsräterinnen und Betriebsräten in Verbindung zu setzen oder aber auch mit unseren Landesbüros. Denn wie gesagt, es gibt sehr, sehr viele unterschiedliche Regelungen, die wir getroffen haben, je nach Kommune, je nach Stadt. Zu den Theaterbetrieben. Da wurde angekündigt, dass erst wieder im Herbst aufgesperrt wird bei einigen. Was bedeutet das für die Mitarbeiterinnen? Ja, wir haben einige Theater, die bereits angekündigt haben, erst mit September den Spielbetrieb wieder aufzunehmen. Das war zunächst einmal ein Schock für viele. Viele hatten Angst, den Arbeitsplatz zu verlieren. Es gibt hier aber das gute Kurzarbeitsmodell von den Sozialpartnern verhandelt und Gott sei Dank von der Regierung tal übernommen. Dieses Kurzarbeitsmodell hilft uns in vielen Theaterbetrieben einfach, dass die Kolleginnen und Kollegen weiter beschäftigt sind, jedoch bei Einkommensverlusten, die sie hinnehmen müssen. Kurzarbeit ist allerdings nicht für alle möglich. Es gibt nicht Kurzarbeit für Gemeinde, Gemeindeverbände oder auch Länder. Und es war bis gestern auch so, dass für juristische Personen des öffentlichen Rechts keine Kurzarbeit möglich war für Einrichtungen, die unter diesem Titel filmieren. Das wurde jetzt gestrichen und damit schaffen wir auch noch mehr Theaterbetriebe, noch mehr Kultureinrichtungen in die Kurzarbeit hineinzubringen. Aber wie schaut es bei den freischaffenden Kulturarbeitnehmerinnen aus? Ja, das ist die Gruppe, die es am härtesten trifft, die von heute auf morgen ohne Einkommen dastehen. Hier geht es wirklich um Existenz, hier geht es ums Überleben. Hier hat die Bundesregierung einen Härtefon zugesagt. Wir warten alle schon darauf, dass dieser Härtefon endlich ins Leben gerufen wird. Es ist leider immer noch so, dass man an Formularen und Auszahlungsmodalitäten anscheinend arbeitet. Es ist noch nichts freigeschalten. Sobald wir hier nähere Informationen haben, werden wir natürlich auch über unsere sozialen Medien informieren. Und die Bundesregierung könnte da tatsächlich irgendwie aufs Tempo drücken. Andere Arbeitnehmerinnen, die Juniern, die da sind, das Gewerkschaft vertritt, sind die Fußballerinnen. Braucht es eigentlich die Zustimmung der Gewerkschaft für Kurzarbeit? Ja, zu jedem Kurzarbeitsmodell braucht es die Zustimmung der Sozialpartner, in dem Fall der Gewerkschaften. Das heißt, kein Sportverband, kein Fußballverein kann Kurzarbeit durchführen ohne die Zustimmung der Gewerkschaft, ohne die Zustimmung des Betriebsrates oder der betroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und mittlerweile haben wir zumindest fünf Fußballvereine, die ordnungsgemäß angesucht haben, fünf Profivereine und wo auch die Kurzarbeit schon genehmigt wurde. Wir stecken in der schwersten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg. Was sind die Erkenntnisse, die man bis jetzt gewinnen konnte? Meine wichtigste Erkenntnis, glaube ich, ist, wir haben in dieser Republik, in den Gemeinden und in den Städten eine funktionierende Daseinsvorsorge. Also im Vergleich dazu, wo ja viele immer gesagt haben, man muss privatisieren und auch viele Städte, man sieht das jetzt weltweit, die hier ausgelagert haben, die privatisiert haben, die Gesundheitseinrichtungen heruntergefahren sind, sind wir in Österreich gut unterwegs. Wir haben eine tolle Daseinsvorsorge, die funktioniert, eine tolle funktionierende Daseinsvorsorge, die Städte und Kommunen funktionieren. Das muss man wirklich betonen. A, weil es die Daseinsvorsorge so gibt, wie sie es gibt, aber B natürlich auch, weil es ganz, ganz tolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Kommunen und in den Städten gibt, die hier einen tollen Job verrichten. Und denen ist auch seitens der Union einmal ein ganz, ganz großes Dankeschön zu sagen. Auch Unity Daseinsgewerkschaft funktioniert. Serviceleistungen finden statt. Es gibt viele Anfragen von Mitgliedern in rechtlichen Aspekten. Wie weit ist Unity Daseinsgewerkschaft in der Krise aufgestellt? Ja, wir sind gut aufgestellt. Wir haben innerhalb von eigentlich zwölf Stunden die gesamten Vorschriften, die von der Bundesregierung gekommen sind, umgesetzt. Das heißt, wir sind viele auf Homeoffice umgestellt und auch die Telefone sind alle umgeleitet in die Homeoffices. Das heißt, es finden alle Auskünfte statt. Alle Beratungsdienstleistungen finden statt. Jeder Rechtsschutz wird bearbeitet. Die Kurzarbeitsanschläge werden abgearbeitet. Das heißt, es ist für das Mitglied keinen Unterschied zu spüren. Wir sind da und arbeiten für die Kolleginnen und Kollegen. Eine Abschlussfrage. Hätten Sie jetzt in der Krise einen Wunsch? Naja, wenn ich so gefragt werde, vielleicht sogar zwei Wünsche. Das eine ist, dass man vielleicht alle die, die jetzt die Daseinsvorsorge so loben, dass nicht bis in Herbst dann die Kollektivvertrags- und die Gehaltsverhandlungsrunden stattfinden, das wieder vergessen. Es sind vor allem die Medien, aber auch die Politikerinnen und Politiker gemeint und gefordert. Das ist das eine. Denn wir brauchen gute Lohnerhöhungen und gute Lohnverhandlungen auch im kommenden Herbst. Und das zweite ist, ich wünsche allen Mitgliedern, die jetzt unterwegs sind, bei denen es tatsächlich jeden Tag ums Ganze geht hier, vor allem Ihnen und auch den Familienmitgliedern, dass sie gesund bleiben. Ich wünsche dir, da sind Sie bald nicht mehr, und wir brauchen Sie Die Wunschung der Kroer über die Medien Promotionsrunden kann, Und dieienste, die nur der Kroer überwachen, Kroer über die slowly ins Müheidelheit.